Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Ich werde erstmal unseren angehefteten Bauplan hier entfernen. Kabelsatz und Kupferdraht. Kabelsatz ist Silbererz, das haben wir noch gar nicht gefunden. Und Kupfererz ist zweimal Kupferdraht. Das haben wir auf jeden Fall noch hier. Das können wir noch bauen. Zweimal Kupfererz. Aber wir haben auch noch drei Drahtsachen hier. Das heißt, ich muss jetzt Silbererz erstmal finden. Ich nehme mal wieder ein paar Flaschen zu trinken mit. Und eine Leuchtfacke reicht, würde ich sagen. Wir müssen Silbererz finden. Alles klar. Damit wir uns den Kompass herstellen können. Und mehr haben wir noch nicht. Das heißt, wir müssen jetzt ein paar Baupläne finden. Kegelpinguin. Kegelpinguin. Ein vogelähnliches Tier, das kleine Fische unter Wasser jagt und sich über Wasser auf dem Eis zu Gruppen zusammenrottet. Frisst kleine Beutefische und wirkt sich für seine Küken wieder hoch. Schwanz und Klauen können eingezogen werden für schnelles Ausweichen vor Räubern und starker Halt auf dem Eis. Scharfe Zähne, die im Schnabel verborgen sind, können Angreifer und Beute gleichermaßen zerstückeln. Rottet sich zum Schutz vor Kälte an Land zu Gruppen zusammen. Beurteilung weniger niedlich, als sie aussehen. Uh. Gar nicht mal so cool. So, hier haben wir Wendelalraunen. Wendelalraunen wachsen in Korallenriffen mit gemäßigter Temperatur. Ihr belaubter Schirm fängt Sonnenlicht auf und spendet der darunter liegenden Knolle Schatten. Und den Ringelpilz können wir endlich erforschen. Ringelpilze sind erntbare Pilze, die in der Nähe von Korallenbrücken wachsen. Die Pilze zeichnen sich durch dicke, fleischige Kappen aus. Diese Kappen produzieren eine kleine Menge Chlorophyll, wodurch sie zu einer gewissen Photosynthese fähig sind. Sie beziehen jedoch den größten Teil ihrer Nährstoffe immer noch aus toten Stoffen im Meeresboden. Beurteilungen können angepflanzt und geerntet werden. Ich muss Luft holen, ich muss Luft holen, ich muss Luft holen. Huuhu, scheiße. Seht ihr, genau das passiert, wenn man nicht aufpasst. Niemals Dinge unter Wasser lesen, ich trottel. Oh, hui, hui, hui. Auch Ringelpilze mit dem Ringelpiez verwandt sind. Ich fürchte nicht, Qulus Erbe. Oh Mann, war das knapp. Seht ihr, dann wäre es jetzt schon wieder vorbei gewesen. Tafelkoralle. Ich scanne jetzt erstmal ein bisschen und lese dann. Ich fürchte, das ist die bessere Variante. Ich lese dann, wenn ich wieder in der Kapsel bin. Sonst sterbe ich hier nämlich qualvoll. Was bist denn du? Schuppige Zungenanemone. Süß. Und Luna-Blatt. Äh, nein. Weiter bitte scannen. Am Anfang ist es beim Spiel natürlich, wenn man halt alles das erste Mal scannt und alles erstmal lesen muss, wahnsinnig viel zu lesen. Das nimmt im Laufe des Spiels natürlich immer mehr ab. Was bist du eigentlich? Hm. Darf ich nicht scannen? Schade. Und dafür nimmt das Basenbauen und, ähm, das Ausrüstung sammeln, beziehungsweise Ressourcen sammeln mehr Zeit und Anspruch. Aber ich freue mich halt auch drauf, diese ganze Umgebung hier zu, äh, zu... Oh, das hier darf ich scannen? Korallenbrücke. Denn das macht ja auch einen riesigen Teil des Reizes von diesem Spiel aus, eben diese Flora und Fauna zu erforschen. Oh, was haben wir denn hier? Oh, das ist nix. Schade. Ich dachte, das wäre ein Technik-Teil oder so. Und ich würde auch gerne wissen, was diese furchtbaren Geräusche macht. Oh, ne, sieht nicht so aus. Vielleicht kann diese Scheu umbetreten. Ich probiere das jetzt mit dem Blasenfisch mal aus, dass ich den Unterwasser einfach mal trinke. Tatsache, ich kann damit einfach meinen, das ist sehr, sehr... Oh ja, hier von den Dingern brauche ich noch welche. Sehr gut. Oh, schön, Feilchen. Da können wir noch scannen. Okay. Es wird wieder Nacht, das heißt, ich schwimme mal wieder Richtung Pott, damit wir wieder ein bisschen lesen können. Ich brauche immer noch Silbererz. Wir haben immer noch kein Silbererz gefunden. Oh, das da unten sieht spannend aus. Da möchte ich gerne reinschwimmen. Das ist ganz schön tief schon. Haben wir eigentlich noch nicht, wir haben noch nicht die Tauchflasche hergestellt. Haben wir nicht vorhin die Tauchflasche hergestellt? Wir haben doch Fasergewebe hergestellt und... Haben wir die Tauchflasche nicht hergestellt? Ich kann immer noch nur 45 Sekunden unter Wasser bleiben. Ah, das Geißelkörbchen haben wir auch noch gar nicht gescannt. Ich schwimme da jetzt nicht rein mit nur 25 Sekunden. Ich schwimme mal gerade zurück und baue mir mal eine neue Sauerstoffflasche. Können wir zumindest schon mal ein bisschen länger unter Wasser bleiben. So, ich brauche einmal Fasergewebe. Und dann stelle ich mir die Standard-Tauchflasche her. Oh, mehr Blueprints. The Standard-Oxygen-Tank can be upgraded for the Luxe and VIP Breathing. Luxe and VIP Breathing. So geil. Alles klar, Heaven's Ground. Das ist völlig in Ordnung, nur halbanwesend zu sein hier. Ich bin auch oft nur halbanwesend. Gucke ich mal wieder in den PDA. Schwefelkristall und Silikongummi brauchen wir noch. Und wir brauchen immer noch Kupferdraht und Kabelsatz. Und für den Kabelsatz brauchen wir noch Silbererz. So, mehr haben wir nicht dazu bekommen. Gut. Wir haben gefunden das Geißelkörbchen. Geißelkörbchen enthalten hochkonzentrierte Schwefelsäure und können zur Verwendung bei der Batterieherstellung geerntet werden. Die Schwefelsäure ist ein evolutionärer, entwickelter Abwehrmechanismus, um Tiere davon abzuhalten, die Blätter des Geißelkörbchens zu fressen. Bei der Ernte der Pflanze darf der Kern nicht beschädigt werden, um eine exotherme chemische Reaktion zu vermeiden. Korallenbrücke, diese riesigen Dinger. Korallenbrücken bilden sich durch schnell wachsende Korallentypen, Korallenpolypen, die Tygmotropismus aufweisen. Sie wachsen also als Reaktion auf Impulse oder wenn sie ein festes Objekt berühren. Korallenbrücken entwickeln sich in dicken, gewundenen Gebilden, die sich auf Felsen oder anderen Korallen festsetzen. Die Unterseite ist mit Kolonien von Blaupocken übersät. Das Luna-Blatt wächst im flachen Wasser. Zweige wachsen aus dem Hauptstamm heraus und bilden unregelmäßige, rudimentäre Kammern. Wenn ein Zweig abstirbt oder zerstört wird, nutzen die Kammern des anderen Zweigs die zurückgelassenen Nährstoffe. Schließlich nimmt eine neue Kammer den leer gewordenen Platz ein. Die Purpurranken, diese grasähnlichen Pflanzen wachsen in Kleinbüscheln in der Nähe von Korallenbrücken. Den Ringenpilz, haben wir schon? Haben wir den schon gelesen? Ja, haben wir schon gelesen. Schönfeilchen, eine gewöhnliche leuchtende Pflanze, die gruppenweise auf dem Meeresboden wächst. Schuppige Zungenanemone. Die schuppige Zungenanemone bevorzugt seichte Gewässer und reichlich Sonnenlicht. Sie steht in einer symbiotischen Beziehung mit einer Gattung Leuchtalgen, die auf der Oberseite des Stamms der Anemone leben. Diese Algen gedeihen in der Sonne und erzeugen eine dünne, schuppige Bakterienmatte um den Körper der Anemone, während sie sich von anderen Mikroorganismen ernährt, die im Anemone umgebenden Wasser gedeihen. Und die Tafelkoralle. Eine Art Steinkoralle, die häufig an Felsvorsprüngen wächst. Steinkorallen haben gehärtete Außenskelette aus Bio-Verbundstoffen. Die Polypen der Korallen wachsen kontinuierlich in dünnen Schichten nach oben und außen und erzeugen so das Erscheinungsbild einer gerillten Tafel. Die Wendel-Alraune haben wir schon gelesen. Aber wir haben auch noch Luftpumpen im Repertoire jetzt. Luftpumpen können verwendet werden, um entfernte Standorte mit Atemluft zu versorgen. Die basisbefestigte Luftpumpe kann an einer geeigneten Basis angebracht werden und bezieht Sauerstoff direkt vom Sauerstoffgenerator der Basis. Die schwimmende Luftpumpe benötigt Zugang zu atembarer Luft und schwimmt an der Wasseroberfläche. Pumpen funktionieren nur, wenn sie mit einem Leitungssystem verbunden sind. Die haben wir auch im ersten Teil nie gebraucht und ich fürchte, das werden wir auch dieses Mal nicht. Ich muss mal aufhören, Sachen hier zu horten. Und ich stelle nochmal direkt ein paar Kupferdrähte her. Aber ein bisschen Kupfererz will ich trotzdem auch behalten. Eins habe ich behalten. Wahnsinn. So. Ja, jetzt mülle ich mir nämlich selber hier. Pass mal auf, wir machen mal folgendes. Ich nehme mal hier eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal Titan und stelle mal ein paar wasserdichte Kisten her. Die können wir nämlich draußen floaten lassen und da können wir Dinge reinpacken. Also, fünf und klick. Klick. Wieso kann ich jetzt gerade keine mehr herstellen? Hä? Ich habe doch vier Mal Titan. Ich brauche nur... Ah ne, ich brauche vier Titan. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So, dann stelle ich noch zwei von den Dingern her. Und dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Stauraum. Den ich füllen kann. Dann nehme ich mal das ganze Titan hier raus. Und auch das Kupfer und das Blei und... Ja. Genau. Äh. Wo ist die Tür? Ich finde die Tür nicht mehr. So. So. Schwupp. Und... Schwupp. Hier kommt das Titan rein. Können wir auch direkt noch benennen. Oh Mann. Du sollst den Namen bearbeiten. Geht doch. Titan. So. So. Kupfer und Blei. Das Ding packen wir auch noch rein. Und zwei von den Dingern auch noch. Eins können wir direkt mal wieder trinken. Silbererz und Schwefel müssen wir finden. Ich schwimme jetzt mal in diese Richtung. Ach guck mal hier. Und ohne was in der Hand schwimmen wir schneller. Und jetzt können wir endlich ein bisschen länger unter Wasser bleiben. Quarz ist immer gut. Wir sind wieder im Tangwald. Vielleicht muss ich boh gucken. Was ist das denn? Vielleicht muss ich manche Sachen auch an Land suchen. Wir waren bisher fast nur im Wasser. Wow. Das sieht interessant aus. Kann man hier irgendwas scannen? Schreibtisch kann ich scannen. Super. Kann ich mir schon mal Fragment eines Mineraldetektors Das darf ich alles nicht scannen. Mineraldetektor Wie könnt. Okay. Sonst ist nichts hier. Na gut. Dann glaube ich euch das mal. Schwimm mal hier dran runter. Vielleicht finden wir weiter unten wie es auch im ersten Teil war. Weiter unten andere Ablagerungen. Oh, da unten war noch was auch. Und wir finden Schwefel oder Silber Oh, Medipacks Medipacks sind immer gut. Fragment einer Signalboje Wasser ist auch immer gut. Getan brauche ich erstmal eh nicht mitnehmen. Oh, das Loch da sieht sehr, sehr interessant aus. Da werde ich gleich mal hinschwimmen. Aber ich muss erstmal noch nach oben. Das ist schon ziemlich tief hier, ne? Das ist schon ziemlich tief hier, ne? Aber guck mal hier. Mobile Fahrzeugstationen. Sehr, sehr gut. Was ist das denn für ne Pflanze da vorne? Was bist denn du? Luftblüte? Tauchflasche auffüllen? Ja, wie geil. Luftblüte direkt noch scannen hier. Das ist ja cool. Damit kann ich auf jeden Fall ne ganze Weile unter Wasser bleiben. Das sieht ja spannend aus, ne? Ich habe PDA gewonnen. Und ein Seekoboldnest. Erstmal muss ich hier wieder raus. Aber hier werde ich definitiv noch weiter reinschwimmen. Gucken wir uns mal den PDA an, ne? Oh, schon wieder. Alterra verliert das Schiff Aurora habe ich gerade richtig gelesen. Dann passiert das ja hier gleichzeitig auf der anderen Seite des Planeten. Das wäre ja spannend. Kann das hier rein? Achso, hier rein. Seekoboldnest. Fragment an der mobilen Fahrzeugstation. Haben wir noch andere Dinge? Ne. Okay. Akantitaufschluss. Hoffentlich ist hier Silber drin. Jawohl, da ist Silber drin. Na, bitte. Ich tauche erstmal nochmal auf. Boah, die Sonne blendet ganz schön, wenn man rausschwimmt. So, und wieder runter. Großartig. Wir haben auf jeden Fall gleich eine Menge zu lesen, wenn wir wieder in unserer Brüche sind. Was war das? Tangen nutzen. Ja, die sind auch schwer zu übersehen. Das letzte, was ich hier scanne. Großartig. Komm, gib mir Silberherz, bitte. Yes. Damit können wir endlich den Kompass herstellen. Jetzt brauche ich nur noch Schwefel. Blei ist auch immer gut. Guck mal hier, kann ich noch ein bisschen unten bleiben? Oh, schaut mal. Seegleiter. Yes. Den würde ich am liebsten eins von drei. Oh, Kupfer nehme ich mal mit. Drei Stück brauchen wir davon. Das ist natürlich scheiße. Was haben wir denn hier ohnehin noch? Tischkorallen. Die werde ich mir direkt mal mitnehmen. Denn ich weiß, dass ich sie verwerten kann. Garantiert. Boah, das sieht ja geil aus. Hier will ich unbedingt runter. Aber erstmal nach oben. Gute Nacht, Wolfi. Schlaf gut. So, auf wie nach unten. Da unten ist direkt wieder so ein... Oh, da ist was. Und zum Glück gibt es hier so ein Luftding. Das ist gut. Mobile Fahrzeugstation. Seebahn. Und bei PDA noch zwei PDAs. Sehr gut. Da unten sind noch mehr Tischkorallen. Was das da ist, weiß ich auch noch nicht. Das scanne ich auch mal direkt nach. Halbmondkoralle. Mhm. Was bist du? Was ist die Hölle ist das denn? Das klingt wie ein Distress-Kall. Transmission of unknown origin. Source of transmission depth calculated at approximately 200 meters. Ja, 200 Meter. Da werde ich garantiert nicht hinschwimmen. Denn genau dabei bin ich im ersten Durchgang gestorben. Als ich zum Signal runter wollte. Boah, das sieht ja mega krass aus. Oh, fuck. Fuck, ist das gruselig. Scheiß. Was seid ihr denn hier? Seid ihr diese Eisding? Oh, oh. Und was bist du? Dich will ich aber scannen. Du siehst cool aus. Blau. Ich hoffe, der ist nicht gefährlich. Yes. 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 Sieht schön geil aus, ne? Sieht wahnsinnig cool aus.